Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Heute wollen wir euch zeigen, wir bauen nämlich eine neue Vereinswerkstatt für alles was wir so machen. Für die Sensen, für unsere Holzarbeiten, Vogelhäuschen bauen, Bienenhotel bauen und so weiter. Da hatte ich bis jetzt immer die kleine Mini-Werkstatt von meinem Schwiegervater und da ging das alles schon aber nicht so gut. Darum soll es heute gehen. Ja, als allererstes erstmal, das ist jetzt der Ist-Zustand, den ich euch heute zeige. Wir haben nämlich schon einiges gemacht, da können wir euch mal ein paar Fotos einblenden vorab. Da seht ihr das so ein bisschen, aber so als grundsätzliche Geschichte erstmal, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie das vorher hier alles aussah, weil ich nicht weiß, ob ich da noch Fotos habe. Dieser Boden hier, der Schraube, die gleich wegsortiert wird, dieser Boden hier, der ist bestimmt 200 Jahre alt. Das ist hier wirklich einfach nur Lehm mit viel Dreck, mit viel Holz. Ja, und das ist hier quasi der Boden, der hier in der Scheune schon immer da war. Die ist irgendwie von 1800 und der war da drin auch in dieser Scheunenbox. Das war, weiß ich nicht, was das mal war. Da geht es nämlich jetzt hier fast einen Meter runter. Da haben wir ein kleines Treppchen und da war genau so ein Boden drin. Und da zeige ich euch gleich mal, was wir da drin schon gemacht haben. Aber wir fangen mal hier draußen an. Und zwar haben wir hier zwischen die einzelnen großen Scheunenbalken, die jetzt hier hochgehen, schon ein recyceltes, altes Fenster gesetzt. Das war mal ein Terrassenfenster. Da haben wir jetzt eine schöne große Klappe hier aufmachen kann, wo man auch Material durchreichen kann. Wir haben aber auch hier diese große Tür gebaut. Die haben wir jetzt einfach aus einem alten Schrank gebaut und ein paar schöne Beschläge hier gemacht, wo dann die Scharniere dahinter sitzen, einfach aus Restmaterial, also so Preschspan, ganz billiges Zeug. Aber dafür war es noch wunderbar, mit der Stichsäge ein bisschen zusammengesägt und hier einen schönen Griff einfach dran aus einem Stück Holz, auch mit der Stichsäge alles gemacht, als Eingang hier zu unserer Werkstatt. Aber wir gucken noch nicht rein, wir gucken noch ein bisschen außen. Ja, dann haben wir schon aus alten Dielen, die haben wir geschenkt gekriegt. Das waren alles Schwartenbretter, die lagen jetzt 30, 40 Jahre hier in der Scheune. Das ist alles Lärche, also ein ganz wunderbares Holz. Und die haben wir gesäumt, das heißt, die hatten die Schwarte noch mit dran, die haben wir mit der Handkreissäge jetzt alle gesäumt. Das wird nämlich mal der Boden drinnen in der Werkstatt, das hier schon mal eine Vorstellung hat. Also alte Lärchendielen, die haben wir schon auf die entsprechende Länge zugesägt, also natürlich mit ein bisschen Luft, dass wir die drinnen dann verlegen können. Ja, und hier haben wir auch aus diesen Lärchendielen eine Verschalung gemacht, also dass hier außen dicht ist, hier die Werkstatt, denn hier ist gerade bitterkalt drin jetzt hier im Winter. Wir haben es bestimmt minus 10 Grad draußen mindestens und hier drinnen sind es auch bestimmt ein paar Minusgrade. Und in Zukunft soll das da drinnen in dieser kleinen Werkstatt alles mal gedämmt und so dicht sein, dass man da drinnen auch mit einem kleinen Heizlüfter, also einem Elektroheizlüfter für ein paar Stunden mal wärmer erzeugen kann, dass man schön arbeiten kann bei, ich sag mal, Temperaturen von 15 Grad oder so, dass man vernünftig arbeiten kann, nicht schwitzt. Man kann es sich natürlich auch noch wärmer machen, aber dass man zumindest keine kalten Finger hat. Ja, das haben wir. Und jetzt gehen wir mal rein. Oder wir gucken nochmal hier ganz kurz auf der Seite. Ihr seht es, also diese Box, die geht im Endeffekt bis hier, bis zu diesen Balken. Und hier haben wir von außen, also von innen haben wir sie gegengeschraubt, hier kommt dann von außen wahrscheinlich Cordwood oder Dämmfaserplatten mit Schalung. Das kommt dann hier noch auf die Balken drauf, da muss noch die Leiter hier für weg, aber das kommt dann alles noch, das haben wir auch erst mal dicht gemacht. Jetzt gehen wir in die Werkstatt rein. Jo, machen wir mal die Tür auf, weil da geht es nicht, da sind die Dielen im Weg. Und hier auch. Das haben wir jetzt ganz einfach gelöst. Wie gesagt, hier den alten Schrank, da haben wir hier ein paar alte Möbelscharniere genommen, die noch über waren auf beiden Seiten. Und schon haben wir eine ganz wunderbare Tür. Da kommen dann irgendwann noch Dämmfaserplatten gegen von innen, damit das hier auch schön ein bisschen wärmegeschützt ist bei dieser Tür. Haben wir auch hier gleich Schluss gemacht da oben, dass man alles schön verschalen kann. Und jetzt gehen wir mal das kleine Treppchen hier runter. Ja. So, da stehen wir drin in der kleinen Vereinswerkstatt. Klein aber fein. Ihr seht es hier unten. Ihr erinnert euch noch an den Lehmboden. Hier habe ich mit einem guten Freund, dem Robert, vielen Dank dafür. Der hat mir geholfen. Der ist nämlich jahrzehntelang auf dem Bau gewesen. Der wusste ganz genau, wie man ruckzuck hier so einen Boden reingelegt kriegt. Und da haben wir mit so, das sind jetzt Betonziegel, 30 auf 30 mit Stärke ist glaube ich 8. Also relativ starke Platten. Die habe ich von einem Nachbar hier aus einer, ich glaube der hat die mal in einer Versteigerung oder so für ganz wenig gekriegt, habe ich für 5 Euro den Quadratmeter. Sehr fairer Preis. Konnte ich hier verlegen und einen Splitt drunter gerade gezogen mit der Ladde und dann drauf gelegt. Das haben wir wirklich in ein paar Stunden gelegt. Das ging ruckzuck an alles an einem Tag. Dann habe ich hier außen rum, hier sieht man es noch so ein bisschen, da habe ich hier noch mit Estrich außen hier an diese Sandsteine das Fundament angestückelt. Also hier sieht man noch den Estrich, den ich hier gegossen habe, damit das alles schön gerade und glatt ist. Weil, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich die Platten hier alle mit der Diamantflecks zurechtschneiden müssen. So haben wir hier den Boden reingelegt. Also eine ganz simple Sache. Die sind auch nicht alle immer perfekt gleich, weil die so aus einem, wie gesagt, das ist aus einer Hinterlassenschaft, irgendwie aus einer Ersteigerung. Das sind teilweise unterschiedliche Platten, ein bisschen in der Höhe, aber für die Werkstatt reicht das dicke. Und da kommt ja eh noch ein Boden drauf. Wir wollten das halt erst einmal nur gerade haben und ich wollte halt kein Estrich reingießen, sondern habe es jetzt mit den Platten gelöst. Genau. Hier werden wir demnächst, also ihr seht hier diese Sandsteinmauer, die hier die Scheune quasi begrenzt. Da ist die Scheune zu Ende. Da sind früher hier einfach mit Lehm hier die Sandsteine als Fundament aufgemauert worden, wo dann hier die, ich weiß gar nicht wie das, Sockelbalken heißt es, glaube ich, drauf aufsitzen. Ja, und mir friert gerade die Hand ab. Und hier werden wir mit Abbruchlehm aus einer alten Scheune, wenn wir dran kommen, da haben wir über Ebay Kleinanzeigen jemanden gefunden. Das Ganze hier schön verputzen, an die Balken ran, dass das hier auch dicht ist, weil man sieht schon so ein bisschen hier drückt es den Schnee, die Schneeverwehung gerade ein bisschen rein. Da ist der Schnee und dass das hier alles dicht ist in Zukunft. Genau. Und dann kommen hier in diese Gefache hier zwischen den Balken. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann wieder dürfen, ob da ein paar Leute mitmachen dürfen, weil sie das vielleicht auch lernen wollen. Da wollen wir dann einen kleinen Cordwood-Workshop machen. Das heißt, Cordwood, geschälte Stämme abgelenkt auf genau diese Länge, also diese, sagen wir mal, 16 Zentimeter und dann mit Lehm hier reingeziegelt und dann ein bisschen, immer hier ein paar Nägelchen, dass das alles miteinander hält. Und dann hat man hier quasi eine Dämmung in Form von Cordwood, heißt das diese Verbindung von kleinen Holz, Stammstücken mit Lehm aufgemaut. Und schon hat man eine Dämmung an der Außenwand, die ziemlich dicht ist. Genau, das wollen wir machen. Ihr seht auch, ich habe mich schon ein bisschen eingerichtet. Diese alte Kunststoffplatte hier, die dient im Moment als Werkbank. Und da soll hier irgendwann mal eine gescheite Hubelbank in die Mitte hin, dass man hier in der Mitte an der Hubelbank auch mit mehreren Leuten schön arbeiten kann. Diese Kreissäge, das ist jetzt gar nicht meine, aber sowas in der Art wird hier nochmal irgendwie in die Ecke wandern, dass man hier was machen kann. Und auch hier, das wird alles mit Cordwood gedämmt. Oben kommen wahrscheinlich Dämmfaserplatten. Da wollte ich jetzt nochmal gucken, ob eine Firma, die Naturbaustoffe hat, Lust hat, hier mitzumachen und da vielleicht auch das in einem kleinen Video euch zeigt, wie das alles geht. Das wäre eine schöne Geschichte. Ja, und das ist jetzt so der Istzustand mit der Werkstatt. Da hinten, hier, da seht ihr, da ist die alte Werkstatt dahinter. Da kommen auch Dämmfaserplatten und dann kommt hier noch ein gescheites Regal hin, wo wir hier quasi von unten bis oben durch ein Regal haben. Und dass wir da einfach auch genügend Platz haben und den Raum hier frei haben. Weil ihr seht schon, im Moment ist es halt so, zum Beispiel hier, meine Sensen, die hängen hier alle an der Wand. Das ist schon alles relativ ordentlich, aber das werden wir dann alles noch ein bisschen optimieren. Und vor allen Dingen geht es jetzt erstmal darum, die Werkstatt dicht zu kriegen, dass man hier auch ein bisschen Wärme erzeugen kann, weil im Moment friert man sich hier einfach nur den Arsch ab. Ja, genau. Ja, das soll es auch für erstes Mal gewesen sein. Mehr wollten wir euch gar nicht zeigen, dass hier was im Bau ist. Und wir hoffen, dass demnächst mal diese ganzen Corona-Maßnahmen gelockert werden, damit wir zum Beispiel mit euch, ein paar von euch zusammen hier zum Beispiel, so eine Cordwood-Geschichte zusammen machen können, das hier zusammen machen können. Und vielleicht auch die Dämmung, also wen das interessiert, das werden wir dann auf unserer Homepage natürlich bekannt geben oder in einem kurzen Video, dass es so ein Workshop dann gibt. Ja, und eben sage ich erstmal, das war es für heute aus unserer kleinen neuen Werkstatt, in der wir schon viel gemacht haben, aber jetzt pausiert es, weil es ist einfach zu kalt. Macht's gut!